moin moin ich bin's euer flatti heute bin ich zum vierten mal in oben in der süd und diesmal habe ich glück denn diesmal ist mehmet da und ich werde mir jetzt einen leckeren döner holen als beweis dass ich euch nicht verarsche hier ein kurzer blick so ich werde jetzt bestellen und bis gleich so wie ihr hier seht habe ich mich erst mal mit ein paar döner von mehmet eingedeckt insgesamt sind es vier stück 20 euro und zehn cent habe ich bezahlt ich denke mal die zehn cent sind wegen der plastiktüte ich hoffe das klappt jetzt so ich habe irgendwie jetzt keine andere möglichkeit ich bin ja noch draußen und ich kann es kaum erwarten mehr mit stöder zu probieren der döner sieht schon mal richtig geil aus jetzt wird es probiert alter der ist ja richtig geil wort das fleisch ist schön richtig fleischig das habe ich das habe ich nur ganz selten mal erlebt dass ein dönerfleisch so richtig schön fleischig ist und die tzatziki soße die ich jetzt erwischt habe die ist auch richtig geil ich probiere mal weiter jetzt schmecke ich langsam die cocktail soße heraus und die ist richtig geil also der döner ist richtig gut schon echt lange keinen so geilen döner gegessen wie den von oben in der süd der salat ist auch richtig geil der sauerkraut ist schön richtig sauerkrautig also richtig schön sauer ich bin so froh dass ich heute hin gefahren bin so ich erst mal den döner weiter zu ende so der döner ist schon längst aufgegessen die anderen drei übrigens auch alle vier döner habe ich innerhalb von sechs stunden aufgefuttert einfach weil der so geil war und ich kann euch echt sagen der döner ist echt empfehlenswert und das war es jetzt auch von meinem video ich hoffe euch hat dieses video gefallen und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt wartet noch und bei mir auch schon mal oh 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 oh